Nachdenkseiten Die kritische Website Klammheimliche Ausweitung der Bundeswehrmission im Irak Verantwortlich Redaktion Alexander Neu ist Abgeordneter der Partei Die Linke im Deutschen Bundestag und Obmann im Verteidigungsausschuss. Vor wenigen Tagen erlebte er eine Überraschung. Die NATO hat ihre Mission im Irak von 500 auf 4000 Soldaten aufgestockt, obwohl das irakische Parlament den Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Irak gefordert hat. Die Abgeordneten im Verteidigungsausschuss waren nicht informiert. In den Medien wurde dieser Entschluss kaum thematisiert. Karin Leukefeld sprach für die Nachdenkseiten mit Alexander Neu. Die Verteidigungsminister der NATO haben am vergangenen Donnerstag, 18.02.2021, beschlossen, die NATO-Mission im Irak von bisher 500 Soldaten schrittweise auf 4000 Soldaten zu erhöhen. Hat die Bundesregierung Sie, also die Abgeordneten im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages über diese Entscheidung informiert? Nein, wir sind erst einen Tag später mit einem Schreiben aus dem BMVG informiert worden. Am 19.02.2021 um 16.47 Uhr bekamen wir eine Mail mit einem zweiseitigen Schreiben, in dem die Aufstockung uns als Entschluss des NATO-Verteidigungsministertreffens bekannt gegeben wurde. Am heutigen Mittwoch ist eine Sitzung des Verteidigungsausschusses in Berlin. Steht dann die erweiterte NATO-Mission im Irak auf der Tagesordnung? Normalerweise ist es so, dass es bei Verteidigungs- und Außenministertreffen einen Vorabbericht mit Informationen über die jeweilige Tagesordnung gibt. Danach gibt es einen Nachbericht darüber, was entschieden wurde. Die NATO-Entscheidung war am vergangenen Donnerstag, also müsste der Nachbericht eigentlich heute auf der Tagesordnung stehen. Tut er aber nicht. Ich gehe davon aus, dass man dann das Thema auf die Tagesordnung setzt, zwei Wochen später, als es eigentlich erforderlich wäre. Es werden also Tatsachen geschaffen, ohne dass Sie als Bundestagsabgeordnete die Möglichkeit haben, sich dazu zu äußern? Überrascht sind wir schon. So läuft das dann im parlamentarischen Betrieb, dass man über etwas in Kenntnis gesetzt wird und man hat im Rahmen seines Mandates kaum eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Die Möglichkeiten einer Opposition sind sehr beschränkt, gegen solche Entscheidungen vorzugehen. Man möchte die Fähigkeit der irakischen Streitkräfte optimieren, sich im Irak zu bewähren. Man geht davon aus, dass die US-Streitkräfte sich möglicherweise reduzieren werden und dass auch die Anti-IS-Koalition im Irak möglicherweise reduziert werden könnte. Man will die NATO verstärkt einbringen, um die Ausbildungsmission gewährleisten zu können. Charakter der Mission sei nicht kinetisch, das heißt kein Einsatz von Waffen. Es handelte sich um eine reine Ausbildungs- und Beratungsmission. Dafür bräuchte man im Laufe der Zeit dann mehr Personal. In welchem Verhältnis steht die NATO-Mission zu der US-geführten Operation Inherent Resolve, innere Entschlossenheit, der sogenannten Anti-IS-Allianz? Sind das zwei verschiedene Kommandostrukturen? Genau. Die Anti-IS-Koalition ist eine Ad-Hoc-Koalition, deren Völkerrechtswidrigkeit ganz offensichtlich ist. Die NATO-Mission nimmt parallel vor Ort eine Ausbildung und Beratung der irakischen Sicherheitskräfte vor. Wenn deutsche Soldaten im Irak aktiv sind, unter welchem Kommando stehen sie? Deutsche Soldaten sind im Rahmen der Anti-IS-Koalition aktiv, wenn sie, was beendet ist, die Tornadoaufklärung betreiben und im Rahmen der NATO sind sie aktiv bei der Ausbildung. Und die NATO-Mission kooperiert mit der Anti-IS-Allianz? Ich gehe davon aus, dass sie kooperieren. Die AWACS-Aufklärungsflugzeuge sind in der Region im NATO-Auftrag unterwegs, mit anteilig deutscher Besatzung, und die füttern wiederum die Anti-IS-Koalition mit Luftbildern und Informationen. Ende Oktober letzten Jahres wurde der Einsatz der Bundeswehr im Irak vom Deutschen Bundestag bis Ende Januar 2022 verlängert. Muss der Bundestag die Beteiligung der Bundeswehr an eine Aufstockung der NATO-Mission im Irak auch bewilligen? Es kommt drauf an. Auftrag und Aufgabenstellung der NATO-Mission ist nicht verändert worden, lediglich das Personal wird potenziell erhöht. Aber es gibt für die Bundeswehr eine Obergrenze, die derzeit bei 500 Soldatinnen und Soldaten liegt. Die ist bisher nicht erreicht, aktuell sind 250 Soldaten und Soldatinnen vor Ort. Solange sich die Aufstockung seitens der Bundeswehr für die nun erweiterte NATO-Mission innerhalb der Grenze von 500 bewegt, bedarf es keinen Neumandatierung. Es ist also egal, ob die Bundeswehr im Irak unter dem Kommando der US-Armee gegen den IS kämpft oder unter dem Kommando der NATO die irakische Armee ausbildet? In der Tat, beides ist ein und das gleiche Mandat. Ein vierteljährlich erscheinender Bericht, der zuletzt im Oktober 2020 dem US-Kongress vorgelegt wurde, beschreibt die Aufgabe der US-geführten Anti-IS-Allianz Operation Inherent Resolve so, dass einerseits die irakische Armee ausgebildet werden soll und andererseits die Truppen der syrischen demokratischen Kräfte, SDF, ertüchtigt werden sollen, um den IS dauerhaft niederzuhalten. In diesem Mandat ist also die Ausbildung der kurdisch dominierten syrischen demokratischen Kräfte, SDF, enthalten. Gilt das auch für die Bundeswehr? Wenn man dafür abstimmt, dass die Bundeswehr an Inherent Resolve teilnimmt, beinhaltet das dann auch die Ausbildung von SDF-Kräften? Ich habe keine Kenntnis darüber, dass Bundeswehrsoldaten in Syrien Anti-IS-Kämpfer wie die kurdischen SDF-Kämpfer ausbilden. Ich will das nicht ausschließen. Auf dem Feld sieht es immer anders aus, als ein Mandat es beschreibt, aber mir fehlen dazu die Kenntnisse. Aber das gibt das Mandat nicht her. Die Ausbildungsmission ist bezogen auf den Zentralirak und auf Erbil im Nordirak. Was da unter der Hand vielleicht läuft, vielleicht Spezialkräfte in Syrien eingesetzt sind, vom Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, wo man ja immer mal wieder hört, sie seien dort unterwegs, das mag durchaus sein. Aber dazu erhalten wir keine Informationen seitens der Bundesregierung, weil das natürlich eine Geheimoperation wäre, die man auch den Parlamentariern nicht kundtut. Es gibt so vieles, was man uns nicht erzählt. Die Anti-IS-Allianz, und das trifft sicher auch für die NATO-Mission zu, bedeutet nicht nur militärischen Einsatz, sondern auch Interventionen auf anderen Ebenen, politisch, wirtschaftlich, humanitär. So steht es in dem Bericht an den US-Kongress. Die USA hat für diese Arbeit Eigensexperten und Diplomaten eingesetzt. Wie ist das beim deutschen Mandat? Wer ist da für die nicht-militärische Ebene zuständig? Da muss ich passen. Wer da welche Kompetenzen hat, das kann ich wirklich nicht beurteilen. Ich möchte aber auf einen anderen Aspekt dieses Mandats eingehen. Der IS wird sicherlich genutzt, um in der Region präsent zu sein und seine geopolitischen Spielchen zu spielen. Die militärische Präsenz von USA und NATO, also auch der Bundeswehr im Irak, unter der aktuellen, pro-westlichen Regierung von Mustafa al-Kadimi, ist sicherlich gegen den Einfluss des Irans gerichtet. Und es richtet sich gegen die Kooperation des Iraks mit Syrien. Man hat dort eine Präsenz, um diese Brücke zwischen Iran, Irak und Syrien auf dem Gebiet des Iraks zu unterbrechen. Die NATO bezeichnet sich noch immer als Verteidigungsbündnis, ist aber längst Akteur in Kriegs- und Krisengebieten. Was will die NATO im Irak? Da gibt es verschiedene Ebenen in der Region des Mittleren Ostens. Die Amerikaner haben kein Interesse, überall allein zu sein. Sie brauchen Hilfskräfte. Die NATO ist ihre Hilfsorganisation mit den verschiedenen Vasallen, die man verpflichten kann, mitzumachen. Stichwort Bündnissolidarität. Je mehr NATO-Mitglieder dabei sind, umso größer auch die personelle und finanzielle Entlastung der Vereinigten Staaten. So können die Amerikaner ihre Kräfte noch andernorts einsetzen. Auf der Seite der NATO gibt es zudem in Europa den Willen, die NATO am Leben zu erhalten. Das bildet sich ab in der Person von Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär, und deren transatlantischen Freunden. Dafür braucht die NATO Aufgaben. Da ist die etwas seltsame Abschreckungspolitik gegen Russland, das angeblich Europa bedrohe. Neuerdings werden wir auch von China bedroht. Die NATO braucht also viele Feinde als Legitimation für ihr Überleben und ihre Existenz. Als ich Anfang der 90er Jahre Student war, war wesentliches Thema, ist die NATO zu retten? Der Feind, die Sowjetunion, der Warschauer Pakt, waren ja abhanden gekommen. Die NATO hat sich zu Tode gesiegt, hieß es. Was muss sie tun, um die eigene Legitimität wieder aufzubauen? Da kam der Jugoslawienkrieg ganz praktisch um die Ecke. Da konnte man sich als Menschenrechtsverteidiger wieder profilieren. Die Produktion von Feindbildern wird gebraucht, um den Zusammenhalt im Bündnis aufrechtzuerhalten. Ist die Bundesregierung in dieser Entwicklung ein Motor? Ja, definitiv. Die Bundesregierung braucht die Europäische Union und die Bundesregierung braucht die NATO. Die NATO ist der Schutzschirm für die Europäer. Die NATO ist das Machtvehikel für die Amerikaner in Europa, um Europa zu kontrollieren. Und die deutsche politische Elite fährt gegenüber den USA zweigleisig. Ich bezeichne diese Politik als Kooperations- und Konkurrenzmodell. Man kooperiert als Juniorpartner mit den USA im Allgemeinen, konkurriert aber in Einzelfällen. Beispiel? Der deutsche Einfluss in der Ukraine, auf den Balkan oder auch aktuell mit der Nord Stream 2 Pipeline. Das alles geschieht im Großen und Ganzen in Kooperation mit den USA und Deutschland ist dabei in Europa eine treibende Kraft. Können Sie ein Beispiel nennen? Die Bundesregierung stellt den USA deutsches Staatsgebiet zur Verfügung, damit sie in Europa und über Europa hinaus freischalten und walten können. Deutschland bietet sich den Amerikanern als logistische Drehscheibe für die US-Streitkräfte an. Sie sprechen von der US-Basis in Rammstein? Genau. Rammstein ist nicht nur eine Basis für die Weiterleitung von Drohnensignalen für Kampfeinsätze, sondern Rammstein ist auch ein Drehkreuz für US-amerikanische Transportflugzeuge. Ein Krieg im Nahen oder Mittleren Osten oder in Nordafrika kann ohne Rammstein nicht laufen. Ausgangspunkt unseres Gesprächs ist ja die massive Erweiterung des NATO-Einsatzes im Irak, der vor wenigen Tagen beschlossen wurde. Daher möchte ich noch einmal auf den Anti-IS-Einsatz zu sprechen kommen, der auch Begründung für diese Ausweitung ist. Ist der IS in der Region nach ihrer Einschätzung noch eine reale Gefahr? Ich finde, dass er eine reale Gefahr ist. 2017, 2018 hieß es, der IS sei in der Fläche weitgehend besiegt. Aber die Ideologie lebt noch weiter. Die Bundesregierung gibt an, der IS kontrolliere wieder kleine Flächen in Syrien und im Irak. Ich kann das nicht beurteilen, ob das so ist. Auf jeden Fall ist es die Begründung für die westliche Präsenz. Man könnte ja auch der syrischen Regierung ihr Territorium zurückgeben, um die IS und islamistischen Verbände zu bekämpfen. Das macht man aber nicht, im Gegenteil. In Ostsyrien wird die syrische Armee von den Amerikanern bombardiert, wenn sie sich zu weit über den Euphrat hin bewegt. Um eine westliche Präsenz dort aufrechtzuerhalten und begründen zu können, benötigt man einen Mindeststamm an Islamisten. So wird der Status Quo des Krieges aufrechterhalten und die Regierung Assad unter ständigem Druck gehalten. Im Mittleren Osten folgt seit Jahrzehnten ein Krieg dem nächsten. Irak, Libanon, Libyen, Syrien, Jemen. Israel bombardiert in Syrien, die Golfstaaten rüsten auf. In der Straße von Hormuz, im Arabischen Meer und im östlichen Mittelmeer sind Kriegsschiffe aus allen möglichen Ländern unterwegs. Was ist das für ein Signal, wenn die Bundesregierung einer erweiterten NATO-Präsenz, auch mit deutschen Truppen, in so einem Pulverfass zustimmt? Im Nahen und Mittleren Osten agieren die regionalen Akteure und Iran als Regionalmacht steht gegen die Regionalmacht Saudi-Arabien. Und wir haben überregionale Akteure. Die USA, die Europäische Union auf der einen und Russland und China auf der anderen Seite. Diese überregionale Ebene hat einen massiven Einfluss auf die regionalen Akteure, sei es in Form von Waffendieferungen oder in Form von nachrichtendienstlicher oder diplomatischer Unterstützung. Wenn man diese Eskalation, diese Verdichtung militärischer Präsenz reduzieren will, dann bedürfte es zunächst einmal des Abzugs der westlichen Akteure aus der Region. Damit meine ich nicht nur den militärischen Abzug oder den Stopp aller Rüstungsexporte, sondern es muss auch der Anspruch aufgegeben werden, sich in die Angelegenheiten der Region einzumischen. Und es muss aufhören, die regionalen Akteure für die jeweils eigenen Interessen zu instrumentalisieren. Die regionalen Konflikte wären damit zwar nicht aufgehoben, aber zumindest entschärft. Dieses Argument halte ich für wenig überzeugend. Unter dem Schah waren die Iraner auch Schiiten und dennoch hatte der Iran damals ein bestes Verhältnis mit Saudi-Arabien. Mit der Behauptung, hier Suniten, da Schiiten, kann man vielleicht die Massen beeinflussen. Aber realpolitisch hat das keine Bedeutung. Die Situation ist sehr festgefahren und stellt sicher auch das Erbe des Kolonialismus dar. An den Grenzziehungen während und nach dem Ersten Weltkrieg wird das sehr deutlich. Die Bevölkerung hatte daran kein Interesse, sondern die europäischen Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien. Die Europäische Union hat gerade ihre Mittelmeerstrategie für die nächsten sieben Jahre vorgelegt. Die Region wird als südliche Nachbarschaft beschrieben, um die man sich kümmern, in der man Verantwortung übernehmen müsse. Gleichzeitig sind EU und NATO in den letzten Jahren immer enger zusammengewachsen. Sichert die NATO die geostrategischen Interessen der EU in dieser südlichen Nachbarschaft? Vor vielen Jahren wurde im Verteidigungsausschuss schon darüber gesprochen, dass Nordafrika und der südliche und östliche Mittelmeerbereich eine verstärkte Aufmerksamkeit der Europäischen Union verdiene. Schon diese Formulierung fand ich makaber, einen Euphemismus, Schönfärberei für knallharte Interessenpolitik und die Beschreibung von Interessenszonen. Ja, die Europäische Union möchte eine handelnde Großmacht sein. Man möchte mit einer entsprechenden Außen- und Sicherheitspolitik ausgleichen, dass die EU innereuropäisch stagniert, bisweilen sogar erodiert. Dafür braucht man eine Machtprojektion und die Region südlich des Mittelmeers ist dafür bestens geeignet. Das Mittelmeer, Mare Nostrum, gehört nach EU-Einschätzung ohnehin der Europäischen Union. Es ist ganz klar so, dass Nordafrika und der Nahe Osten zur Einfluss- und Interessenssphäre der Europäischen Union gehört und der Amerikaner. Die EU macht das im Einklang mit den Amerikanern, die ihre Kräfte woanders im westpazifischen Bereich konzentrieren. Die EU kümmert sich um den Mittelmeerbereich Nordafrika in Abstimmung mit den USA. Deutschland ist darin ganz eindeutig die treibende Kraft. Deutschland will in Nordafrika und im Nahen Osten eine Rolle spielen und dafür ist das Vehikel Europäische Union wichtig. Sehen Sie in der Region einen neuen Ost-West-Konflikt? Wir haben wieder einen kalten Krieg, das ist im Verhältnis zu Russland ganz deutlich. Es wird gerade ein weiterer kalter Krieg vorbereitet, gegen China. Gegen den Willen der Chinesen, genau wie gegen den Willen der Russen. Wenn wir uns die Kriege in Syrien und Libyen ansehen, dann erkennt man schon, dass dort die politische Rivalität zwischen Russland auf der einen und dem Westen auf der anderen Seite eine gewisse Dimension angenommen hat. Und ja, es weist schon in diese Richtung, dass der Nahe und Mittlere Osten einen Konfliktpunkt zwischen Russland und dem Westen darstellt. Kalter Krieg. Kommen wir noch einmal auf die ausgeweitete NATO-Mission im Irak zurück. Anfang Januar 2020 wurden der iranische General Qasim Soleimani und seine Begleiter von einer US-Drohne am Flughafen von Bagdad ermordet. Das irakische Parlament forderte damals den Abzug der ausländischen Truppen aus Irak. Das, was die NATO dort vorhat, ist aber das Gegenteil. Angeblich wurde ja der Irak von den USA von einem Despoten befreit, um Demokratie einzuführen und damit auch ein Parlament. Nun haben die Iraker offenbar Demokratie und Parlamentarismus missverstanden, indem sie sich gegen die westliche Militärpräsenz in ihrem Land ausgesprochen haben. Das ging dann doch zu weit und so wurde der Parlamentsbeschluss geflüssentlich ignoriert. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.